So, wieder da. Also wir haben ein richtiges Problem. Ich kann die Felsen hier nicht hauen. Und ich bin hier in einer Felsspalte. Hab ich super gemacht. Nur wegen, weil ich die da hauen wollte. Ein Speer konnte ich mir noch machen. Toll. Was mache ich denn jetzt? Soll ich ausruhen, damit meine Ausdauer wieder hoch geht? Hallo, ich stecke im Loch fest. Meine Ausdauer geht nicht hoch. Warum geht die nicht hoch? Aber was mache ich denn jetzt? Ich wollte doch nur das doofe Ding da töten. Ich glaube ich muss mich gleich selber töten. Ah, das ist doch kacke. Ist doch das. Sorry. Alles weg meine ganze Ausrüstung. Was kann ich jetzt tun? Was können wir jetzt tun? Ich vermute gar nichts. Weil wir sind hier wirklich. Warte mal, ich komme ganz langsam nach oben. Ich bin satt. Ich kann nichts essen. Oh Mann. Ach, das ist so ärgerlich. Ich bin am überlegen, wie ich da unten wieder rauskomme. Aber ich habe keine Ahnung. Mich eigentlich verletzt da unten beim Kreuz? Ja, ein bisschen. Wann geht meine Ausdauer nicht hoch? Wann geht meine Ausdauer nicht hoch? Wann geht meine Ausdauer nicht hoch? Nein. Nein, kann ich nicht. Toll. Toll. Ich sitze hier unten fest und kann nichts machen. Aber ich werde es gleich noch probieren. Aber jetzt wird es auch schon wieder Nacht. Gleich. Bald. Warum geht meine Ausdauer nicht? Warum geht meine Gesundheit nicht mehr? Die werden wahrscheinlich auch gleich verderben. Ah, acht Minuten. Okay, die heben noch ein bisschen länger. Aber ich kann trotzdem keine essen. Wenn ich die essen könnte und meine Ausdauer hochgehen würde, dann könnte ich da vielleicht hochspringen. Aber jetzt wird es gleich dunkel. Und dann habe ich Angst. Kann ich eigentlich kein Feuer hier machen? Dann könnte ich die von unten einfach braten. Jetzt will ich den Felsen wenigstens kaputt machen können. Aber das kann ich auch nicht. Das erinnert mich an das Sprichwort, wer anderen einen Gruppel gräbt. Wollte ihn töten, jetzt sitze ich selber hier. So, habe ich jetzt vielleicht endlich wieder Hunger? Nee. Ja. 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 Oh man, wir können einfach nichts essen. Jetzt ist es auch noch kalt und ich habe nur eine Möglichkeit, wenn es klappt. Ja, genau das wollte ich erreichen. Ich muss nämlich, ich muss irgendwie sterben. Hallo? Was ist denn jetzt los? Ich bin gar nicht unten. Ich will mich töten, Mann. Ach, jetzt habe ich wieder Ausdauer. Aber ich komme hier nicht raus. Ich kann auch die Steinwände hier nicht hauen. Aber man, schon wieder die Kamera verrutscht. Nervt mich. Ich will mich töten, Mann. So, jetzt springen, springen, springen. Ich komme hier raus, Mann. Hilfe! Du Dehidreos, du brauchst Wasser. Okay, weiter, 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 dann sterben wir endlich. Hopp, 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 stirb! Hoffentlich sterbe ich jetzt auch und fange nicht wieder von vorne an. Hallo, der hat doch gesagt, ich dehydriere. Dann wird's denn dunkel um mich rum. Aber ich weiß nicht, ob es in der Nacht liegt. Stirb endlich! Boah, ich steh hier drinnen, das ist gut. Das ist, das ist total bescheuert. Ich sitze da unten jetzt fest und komme nicht mehr raus. Und wie soll ich, wie soll ich jetzt, wie soll ich da jetzt rauskommen? Ich kann eigentlich nur über Sterben rauskommen. Also da, das finde ich ein bisschen kacke. Level abverfügbar. Boah, bringt mir nix hier. Also ich kann hier, äh, Dynamitkraften, wo ich mich mehr raussprengen kann. Aber das geht ja wohl kaum. Schön verpackt. Mann, ist das nervig. Ja, hier, ich bin, ich bin zwei Meter weg von der Erlösung. Kann ich nicht einfach erfrieren? Jetzt habe ich wieder 100% Wasser. Ich dachte, ich ertrink. Ja, endlich. Wurde auch Zeit. Oh, hoffentlich, hoffentlich. Ähm. Wenn ich jetzt auf zufälligen Ort gehe, ist das dann auf der ganzen Map? Hoffentlich nicht. Das wäre nämlich sehr scheiße. Und wo bin ich denn? Ich habe so ein bisschen die Hoffnung. Wow, was? Ja. Ich habe so einen Weg mit dem Weg. Oh, was ist das? Ja. 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 Komme ich aber irgendwann wieder aus dem Wasser raus. Boah, fuck, alter, mir stellt sich gerade die Gänse... Ich habe gerade Gänsehaut. Hallo, ich will aus dem Wasser raus. Oh, jetzt bin ich schon wieder tot. Mann, was soll denn das? Warum gehe ich eigentlich nie aus dem Wasser raus? Ich sehe nichts. Ich komme nicht vorwärts, ich ertrink. Ach, Mann! Das ist doch scheiße, ist doch das. Ich weiß auch überhaupt nicht, wo ich bin. Weil die Karte hilft mir auch nicht weiter. Nein! Ach nee, das gibt's doch nicht. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Ach, Mann! Ach, das ist bei mir. Glaube ich. Ach so. Jetzt muss ich drücken. Oh, mein Handy nervt gerade. Ich glaube, das war... Das war bei mir in der Nähe. Ich soll jetzt auf jeden Fall ein bisschen Grundrohstoffe sammeln. Ich kann mir lieber eine Waffe machen. Oh Gott, nein, nein, nein. Ich soll jetzt auf jeden Fall sein. Ich soll jetzt auf den Karte sein. Ich soll jetzt auf jeden Fall ein paar Sachen ... ... ... ... ... ... ... was ich habe ganz neu angefangen und das will ich nicht das war doch ein scheiß ja leute das war es erstmal von arg ich habe überhaupt keinen bock mehr funktioniert irgendwie gar nichts vielleicht habe ich irgendwann noch mal lust aber jetzt überhaupt nicht mehr vielen dank dass ihr trotzdem die folgen angeschaut habt bis dann ciao